herzlich willkommen hier auf meinem kanal zu einem nagelneuen wwe figuren unboxing wie ihr sehen könnt habe ich eine ganze ladung an nagelneuen wwe figuren bekommen und die werden jetzt ausgepackt video für video ein nach dem anderen heute geht es nicht um diese figur die war einzeln dabei ist eine basic naya jacks noch von den älteren basics das heißt auf den level einer elite mit allen gelenken bis auf die doppelten knie aber die haben auch die elite frauen heute immer noch nicht lag einzeln bei ist eine fantastische figur war ihre allererste um die geht es heute nicht dafür um etwas einigermaßen passendes denn zu dieser zeit gab es halt eine storyline wer war die gegnerin von naya jacks alexa bliss denn um die geht es im heutigen unboxing und ich würde sagen legen wir doch direkt mal los wie schon gesagt geht es heute um die elite serie 53 alexa bliss das ist direkt mal als kleinen zusatz fakt vorneweg die letzte elite serie in diesem design nach elite 53 direkt schon mal als spoiler zum nächsten unboxing gab es elite 54 und die hatte dann das design wie wir es von heute kennen direkt mal als kleinen random fact nebenbei elite 53 war die letzte in dem alten design und das design ist nicht schön das redesign ist fantastisch aber ja hier haben wir alexa bliss aus der elite reihe 53 hier unten können wir mal sehen wer sonst noch dabei war kevin owens big e chris jericho the miss und he slater ebenfalls wieder mit hintergründen und froh dass die das mittlerweile nicht mehr machen weil ich bin die einigermaßen unnütz ja als zusatz kommt dazu ihr ja ich weiß gar nicht wie man das ding nennt ihr cheerleader teil dass sie halt bei no mercy 2016 getragen hat zum entrance und und das war es auch schon fast an accessoires und ich würde jetzt sagen wir haben genug die packung angeguckt wir begeben uns direkt ins auspacken let's go und da haben wir sie auch schon alexa bliss in der plastik schale schon mal begutachten aber da das nicht allzu interessant ist würde ich sagen wir packen mal den rest aus und da haben wir sie auch schon ausgepackt und ihr könnt sie sehen in ihrer vollen pracht alexa bliss von elite 53 ich habe ihr ihr accessoire direkt mal angelegt passt gut ist relativ eng anliegend also da haben die wirklich millimetre arbeit geleistet ein bisschen enger und es wäre wirklich schwer zusammen zu kriegen sitzt eigentlich recht ganz gut muss ich sagen ist jetzt nicht irgendein favoriten accessoire von mir ich bin das sah auch schon damals bei no mercy nicht so gut aus irgendwie weird aber hey unique interessant einzigartig bitte nämlich dann schauen wir uns doch mal den rest der figur an wir haben hier ein face gern der ist nicht ganz so mega gut ich bin muss ich sagen doch relativ zufrieden jetzt wo ich die figur in der hand halte auf bildern fand ich das immer fürchterlich und auch auf dem video wird das nicht ganz so gut rüber kommen aber die proportion und auch das gesicht selbst ist relativ gut getroffen das problem an der figur sind halt echt die augen weil ich finde die sind ein bisschen weit auseinander und oder die pupillen sind ein bisschen weit auseinander ich weiß es nicht deswegen sieht das teilweise nicht ganz so gut aus aber wenn man die selbst in der hand hat und jetzt nicht unbedingt das ding direkt vor dem gesicht hält ist das schon eine der besseren alexa bliss das muss man schon mal sagen weil es gibt weitaus schlechtere ansonsten die frisur super detailliert eventuell sogar die einzige alexa bliss die genau diese frisur hat da bin ich mir aber nicht sicher es gibt auf jeden fall noch mehrere mit zöpfen aber ja der hat sogar ihre schleifen drin das artia ist von damals sehr detailliert und was mir sehr gefällt an dieser figur ist dass sie diese kleinen accessoires hat an ihren händen das hat sie auch mal eine ganze zeit lang getragen zu ihrem entrance und die sind dabei die kann man sogar theoretisch abnehmen wenn man will aber das ist mir jetzt ein bisschen zu viel detailarbeit deswegen dass ich die mal dran weil da müsste ich quasi diesen ring über den daumen stülpen und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel da lasse ich das jetzt mal so aber davon abgesehen super detaillierte figur ich mache mal kurz das accessoire ab super klein und schmächtig muss man sagen aber das ist natürlich in der richtigen größenverteilung im scale natürlich hat auch sie ein ab crunch also kann sich noch vorne und hinten bewegen arme sind super gut beweglich sogar mehr als bei den männern man kann die hier richtig zusammensetzen das funktioniert bei den männern nicht aufgrund der größeren schulterkugeln ansonsten habe ich schon mal ein bisschen rum getestet es funktioniert alles sieht alles super aus die proportionen stimmen details sind fantastisch wie gesagt wir haben hier noch nie pads die wir theoretisch verschieben und abmachen könnten details auf den stiefeln sind vorhanden mit alexa und bliss bewegen tut sich auch hier alles locker leicht absolut fantastische figur hier hat man wirklich gute arbeit geleistet wie gesagt die face scans von heute sind um meilen besser aber das ist halt der neuen fx technologie geschuldet wenn man damals eine frauenfigur gekriegt hat von der wwe die nicht völlig entstellt aussah und nicht wie eine völlig andere person dann konnte man schon zufrieden sein ansonsten gibt es da auch gar nicht mehr viel zu sagen figur sieht super aus ich habe jetzt nochmal den stand aufgebaut für den hintergrund ich bin kein so großer fan davon aber mein gott so war das damals interessante figur gibt mittlerweile bessere aber ich bin echt zufrieden für den schmalen taler definitiv sein preiswert vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal